Willkommen zurück. Seit dem 16. Jahrhundert werden die Blätter der schwarzen Johannesbeere in der Naturheilkunde und Volksmedizin genutzt. Selbst Hildegard von Bingen gab dem Strauch den Namen Gichtbaum und sie wusste schon um die stark hantreibende Entzündungshemde und antioxidative Wirkung. Die wertvollen Gerbstoffe Flavonoide, Vitamin C, A, B und Phenolsäuren können euch innerlich bei Gicht, Rheuma, Harnwegsinfekten, Arteriosklerose, Infektionen der Atemwege zur Stärkung des Immun- und Nervensystems, zur Erhöhung der Gehirnaktivität und äußerlich bei Eczemen der Haut unterstützen. Außerdem enthalten sie eine der stärksten Antioxidantien, die Katechine, welche den Körper vor freien Radikalen schützen und sogar das Risiko für Krebserkrankungen und Alzheimer verringern können. Ihr könnt die jungen Blätter vor der Blüte bis ca. Mitte, Ende Mai wunderbar pur in Salaten verarbeiten oder trocknen. Für einen Tee übergießt ihr ein Esslöffel zerkleinerte, frische oder getrocknete Blätter mit 250 ml heißem Wasser. 10 Minuten ziehen lassen und genießen. Davon 2 Tassen täglich über 3 Wochen, dann bitte pausieren. Aber Achtung, Schwangere und Stillende sowie Menschen unter 18 Jahren sollten verzichten, sowie Menschen, welche an einer Herz- oder Nierenerkrankung oder der Bluterkrankheit leiden und wenn Medikamente genommen werden, bitte nur nach ärztlicher Absprache. Bye, bye.